Die Individualbesteuerung ist ein langjähriges Anliegen unserer Fraktion. Schon vor 15 Jahren haben wir einen Vorstoss eingereicht, der sowohl von National- wie Ständerat ist gut geheissen worden. Aber der Bundesrat hat es bis jetzt nicht geschafft, einen Systemwechsel herbeizuführen. Jetzt habe ich schon über 50 Unterstützende, die gleicher Meinung sind, dass es hilft, Frauen in den Arbeitsmarkt hineinzubringen, ihre Teilzeitpensen auszubauen. Das hilft gegen Fachkräftemangel und unser Sozialversicherungssystem.